Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Live in the West. Hallo Jungs. Grüß dich, Teil. Mahlzeit. Also liebe Freunde, ich bin wesentlich ruckelfreier. Das einzige, was jetzt noch ruckelt, ist das hier drin. Alles. Nein. So, hier ruckelt es nochmal hart, aber hier. Ja, ja gut, jetzt bin ich gerade von draußen rein, äh, von drinnen nach draußen. Aber hier ist alles viel, viel besser. Also ich habe jetzt hier nicht mehr solche Probleme. Das heißt, ja, jetzt wo ich die Aufnahme gestartet habe, zieht es natürlich auch wieder ein bisschen Performance, aber wir haben ja gesagt, äh, irgendwann in 20.000 Jahren gibt es nochmal eine fette Grafikkarte. Also rechnet in 20.000 Jahren oder schaltet um. Haha. So, wir bauen jetzt nämlich, weil ich ja die ganzen Flaschen loswerden will, und der Digi-Sentia-Speicher hier im Thermonomikon, muss ich, das war 1K-ME-Sentia-Speicherkomponente, Stefan? Ja. Gut, dann brauchen wir ja Zetus, ich kann auch normale nehmen, ne? Reiner Zetus oder Zetus, so ätherische Essenzen brauchen wir, wir brauchen Logikprozessoren. Davon brauche ich eine ganze, ganze, ganze Menge, denke ich mal. Ja, mach eins nach dem anderen, ansonsten dauert das ewig mit dem Craft, du brauchst erst einmal die Workbench, und dann fängst du am besten mit einer ab. Achso. Und dann lagerst du das Ganze ein, und dann machst du die nächste, eins nach dem anderen. Also mache ich jetzt erst die Workbench? Ja. Du brauchst jetzt zum Partitionieren. Ja, das, jetzt brauche ich ja Speicherzellenwerkbank, ja. Hä? Okay, ich gucke einfach, also 1K-ME-Sentia-Speicherkomponenten, ich brauche jetzt erst einmal eine. Okay, so, das war Logik, habe ich gesagt Logik, drückt das Gelbe? Ist Logik. Logik. Lecko mio, gibt Gummi. Ist das Absicht mit den Kiefern, äh, mit den Fichten, die hier stehen hinter meinem Haus? Was? Hinter meinem Haus stehen vier Fichten. Im dichten Fichten-Dickicht. Genau. Fichten-Dickicht. Da lässt es sich gut Fichten fechten. So, vier Zertusse und Essenzen, ätherische. Ein Whisky-Mixer-Mixed-Whisky. Ein Whisky? Dann können wir jetzt eine Challenge draus machen, die ja heute die meisten Zungenbrecher fehlerfrei ausspülen. Na, dann fangen wir an. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Scheiße. Ja, ist schon vorbei. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Cottbusser Postkutschkasten putzt vom Atem. Genau. Ich weiß nicht, was ihr genommen habt, aber es ist mir auch echt egal. Ihr kranken Schweine, ihr. Stefan, da kommt mir gerade eine Frage. War der Schreibfehler in deinem... Ich kann es mir immer nicht merken. ...heutigen Video-Absicht? Ist das, du hast das Video nicht bis zu Ende geguckt und aufmerksam zugehört? Ja, das ist richtig, weil in dem Moment, also knapp bei der Hälfte, plötzlich mein Chef neben mir stand. Und der Meinung war, er wolle was von mir. Okay. Auflösung kommt kurz vor Ende. Okay. Wie mache ich jetzt die Speicherzellenwerkbank jetzt hier? Die brauche ich ja zuerst, Mann. Ja. Also das 1KM-E-Assentia-Speicherkomponententeil habe ich schon gemacht. Eins für die Assentia-Sell-Workbench, ja. Jetzt brauche ich die Speicherzellenwerkbank. Wo steht denn die, Olle? Die ist ganz klassisch im E. Was habe ich gesagt? Speicherzellen... Speicherzellen... Ich kann mir sowas immer nicht merken, ne? Ja, Speicherzett reicht auch, dann steht sie ganz vorne links. Speicherzellenwerkbank? Mhm. Die ist das? Ja. Okay, oh Gott. Wenn du was sagst. Ich gucke nochmal rein. Du hast das gerade vorgelesen, ja? Ich kann es mir nämlich nicht merken, weil die sieht hier nämlich ein bisschen anders aus. Vielleicht ein bisschen dunkler in dem Buch, aber das ist sie schon. Na gut, wenn sie mir das so sagen, dann ist es ja auch in Ordnung. So, Assentia-Sell-Workbench, ja, nee. Ich habe eine, wo kommt die jetzt hin, die Olle? Irgendwohin? Das ist die Assentia-Speicherwerkbank. Ja, Mann. Ja, die kann irgendwo hin. Das ist da, wo sie dir am besten gefällt und wo du eine Reichweite hast. Also die braucht keinen Strom, kein gar nichts. Gut, dann fange ich jetzt an. Also ich brauche ja auch noch vier holen. Vier holen kann ich ja auch schon mal vorbereiten. Da haben wir sieben. Du brauchst ja immer nur eine. Ach, stimmt. Also was? Ich bin mal eine her. So, dann brauche ich jetzt ganz viele Zertusse. Hast du ein Glück, dass ich letztens erst losgegangen bin und welche geholt habe? Danke. Ich war auch schon los und habe welche geholt. Echt? Ja. Aber man merkt es sehr deutlich, wenn Newland losgeht, um die Dinger zu holen, weil dann haben wir mehrere hunderten Systeme drin. Ja, irgendwie cheatert er. Das ist nur fleißig. Ich farme die regelmäßig weg. Ja, ich weiß nicht, wie du die immer findest. Ich habe einen Glück-3-Hammer. Ich bin sowieso der Meinung, dass Newland einen anderen Skin braucht. Wir sollten mal einen Maulwurf-Skin für ihn aussuchen, der halt würde passen. Mhm. Das stimmt. Bitte wie? Bitte was? Bitte warum? Du gräbst dich immer entweder durch den Neta oder hier durch die Oberworld und sammelst super viele Rohstoffe. Ja. Und deswegen finde ich, wäre so ein Maulwurf-Skin wirklich passend. Dann geht auf die Suche. So, schauen wir mal, ob ich es jetzt hinbekomme. Wenn ich einen finde, nimmst du den her? Wenn mir noch jemand sagt, wie ich das dann mache, dass ich den benutzen kann. Okay, du brauchst den Skin und eine Anleitung. Ja, und wie packe ich das jetzt da rein in die Ascentia-Cell-Workbench? Hast du ein Laufwerk gemacht oder nur eine Speicherzelle? Eine Speicherkomponente. Nee, du brauchst ja das Laufwerk. Wo ist das denn? Das musst du wahrscheinlich aufbauen. Das ist alles da unten in dem Dingster. Achso, das Ascentia-Oh Gott. Ja, so funktioniert irgendwie. Wo ist das behindertes Speichergehäuse? Ach, im normalen ME, ne? Nee, nee, das Speichergehäuse ist auch ein spezielles. Oh Gott. Das, du brauchst ein Ascentia-Speichergehäuse. Ascentia-Speichergehäuse. Na? Oh Gott, leck mich doch am Sommerhut, ey. Taumiumbarren. Geh weg. Igitt. Bannendes Glas. Anglade meiner. Nein. Doch. Oh Gott. Hilfe. Hatte ich hier nicht bannende Gläser? Ich hatte vor einiger Zeit sehr viel Bannendes Glasgarten. Das war... Da müsste noch einiges im Mieses-Hindrück sein. Ich möchte weinen, ne? Möchte ich. Warum denn? Weil das wieder Technik ist. Nein, das tut nur so. Das ist eigentlich... Das Magie. Achso. Mhm. Und wenn ich mir dann das Rezept angucke... Um das... Ach Gott, ey. Ich krieg ein... Kollaps hier, ey. Das ist technische Magie. Das ist technische Magie. Ich möchte wirklich weinen. Technik ist nicht meins. Ich baust die Sachen zusammen, nur halt ohne Zauberstatt. Toll. Das heißt, das stimmt gar nicht. Teilweise brauchst du einen Zauberstatt. Oh, schön, da kommt 300. Rise of the Empire. Warum funktioniert das denn nicht? Weil nicht richtig und so. Da steht doch bannendes Glas. Oh nein. Was ist das für ein bannendes Glas? Das ist das 249 Doppelpunkt 2 bannende Glas. Äh, findest du im Taubenhundekon? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich, weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Also, wenn du wissen möchtest, wie das hier... Ich hab's gesehen. Hast du? Das ist gut. Nö. Na gut. So, was haben wir denn hier an Taumiumbarren? Einen erst? Oh, ernsthaft. Okay, gut. Da hat Morbo schon mal mehr. Wir brauchen Gehirne. Wir brauchen Glas, Großholzbretter, Gehirne, Hirn. Wir haben nur neun Gehirne. Da können wir direkt Monster anmachen. Ja, mach doch. Warum sehe ich das Rezept für Taumium nicht? Weiß ich nicht. Wie hat denn Taumium hergestellt? Ähm. Großholzbretter. Taumium wird hergestellt, indem du ein Eisenbahn mit Bräkantatio anleich hast. Äh, okay. Gut, dann brauche ich mich also nicht drum kümmern, dass das irgendwelche Maschinen herstellen. Nö, da gibt es bereits Maschinen dafür, die das herstellen. Ach so. So, acht Stück. Dann gibt man noch ein bisschen Glas. Glas, wunderbar. Ei, 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 ei. Also dieses, äh, doch. Craften ist ja immer so voll nicht meins, ne? So, ich habe jetzt ein paar davon. Und das alles nur um das Rückeln loszuwerden, ne? Das ist der Knüller. So, jetzt habe ich die. Lass mich nochmal schauen. So, Redstone und Taumium Barren. Redstone und Taumium Barren habe ich. Äh, 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 äh. Warum ist jetzt das Grün hier? Warum? Ah ja, ach so. Der ist Grün. Nix? Alles gut. Alles gut. Alles ist wunderbar. So, ich habe schon zwei von den Zellen. Jetzt fehlen mir Taumium Barren. Warte mal, wie viele, wie viele Dinger sind denn das jetzt noch? Ich muss einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind dann drüben 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, äh, warte mal, das waren 20. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sind 30. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 40, 42, davon brauche ich. Ah, hast du richtig gezählt, ja. Du Affe. Ja, du hättest doch einfach rechnen können. Ja, ich weiß. Es gibt 40 Aspekte abzüglich der sechs Grundaspekte, es sind auch 42. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Du wolltest also mit halb zählen und das in der Petrus weg. Okay, verstehe. Damit es ja auch wieder über zehn Minuten kommt. Ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht. So immer 30 Minuten auch. Stefan, ich weiß trotzdem nicht, wie ich diesen Tisch bedienen soll. Komm, rüber. Danke. Danke. Stefan? Ja. In der Nähe von dem Schaufelradbagger ist ein Haufen Goldkies. Ist das Absicht oder können wir das abbauen? Das kannst du abbauen. Wo sind denn die Taumiumbarren jetzt? Ich habe denen gesagt, ich will ganz viele haben. Ja, die brauchen leider noch über die alte Maschine eine ganze Weile Zeit. Okay, was ist mit den Logikern? Mit den Logikern, okay, gut. So, hier ist das Gerät. Ich habe eine Fiole. Ich habe ein KME Blar. Ich habe ein Ascentia-Speichergehäuse. Oder der Frudata. Haben wir wenigstens schon drei Taumiumbarren, dass du mal ein so ein Diskretiergehäuse herstellen kannst. Habe ich doch. Ascentia-Speichergehäuse habe ich doch. Ja, dann musst du die Speichereinheit ins Gehäuse reinmachen. Da oben rein, ne? In der Werkbank. Da oben gehört die Diskretierinheit. Ja, aber die geht da nicht rein. Gib mir mal, was du hast. Ich kriege die oben nicht rein. In die Speichergehäuse gehören die Speicherkomponenten. Wo denn? Wo denn? In der Workbench oder wo? Ja, genau. Ja, geht nicht rein. In der normalen Werkbank. Wo hier? Ja. Genau da. Warum denn da? So, ist drin. Und dann? Genau. Und jetzt gehst du damit an die Ascentia-Workbench hinter dir. Hä? Warum? Du hast vorher ein Gehäuse gehabt. Das passt ins Laufwerk rein. Was du noch nicht drin hattest, war die Festplatten selber. Ich habe gar nichts gemacht. Achso, jetzt. 1K. Achso. Oh, Kacke, ey. Der Scheiß macht mich fertig. Oh Gott. Ich mag das gar nicht. Jetzt passt das rein, ey. Siehste mal, kaum macht man es richtig schön. So, und dann? So, jetzt nimmst du die Fiole mit der Essenz, die du da gerne drauf speichern möchtest. Ja, aber in der Glasfiolo ist keine Essenz. Dann musst du an eins von deinen Bannen in den Lesern rangehen und die Fiole voll machen. Oh Gott, bin ich froh, dass wir unseren eigenen Debitor haben. So, Sano. Ja? Ja, jetzt kannst du dieses Kette oben rausnehmen. Und drüben ins Laufwerk stopfen. Achso. Achso. So, du hast jetzt gesagt, auf diese Festplatte soll nur Sano gesperrt. Genau. So, wenn du jetzt mit deiner Glasfiolo da unten an die Essenz-Konsole rangehst und Sano reinpackst. Super, jetzt ist das toll. Dann landet dein Sano da drüben auf der Diskette. Oh, danke Stefan. Und das machst du jetzt noch 41 Mal. Okay. Ja, jetzt ist auch alles gut. Ich muss nur alles... Hä, wo ist jetzt meine Flasche? Stefan, gib meine Flasche. Ich hab deine Flasche nicht. Deine Flasche müsste immer noch in dem Ding drin sein. Ich hab... Nein, Stefan. Ich hab hier gerade hinter dir auf dem Boden eine Flasche abgebaut. Ein bannendes Glas. Danke. Genau das. Danke. Oh Gott. Ja, ist das. Kann es sein, dass du ein klein bisschen ungeduldig bist? Nein, ich kann das nicht. Das ist mein Problem, weil ich das nicht kann. Das redest du dir nur ein. Nein. Du hast Thumbcraft gemeistert, dann wirst du es wohl auch schaffen, die es sind. Jetzt hättest du es da drüben reinzuschweichern. Kann ich nicht. Das ist so schwer. Ach. Bappalabapp. Mano, ey. Ja, guter Teil. Ich kann das nicht. Redet das ruhig noch länger ein. Du hast ein ganzes Haus aufgebaut, abgebaut und wieder aufgebaut. Das gleiche mit dem Vergnügungspunkt. Aufgebaut, abgebaut und wieder aufgebaut. Okay, noch nicht wieder aufgebaut, aber hast du vor? Hab ich vor, ja. Du hast Thumbcraft, du hast Felder automatisiert mit Golems. Da wirst du es doch wohl schaffen, so ein paar des Ketten herzustellen. Ey, ich spuck hier rum. Kamera freut sich, wird sie auch mal gewaschen. Du bist frech. Ja. Ein richtiger frecher Lümmel, ey. Kennst du mich anders? Nein. Siehste. Kauf mir eine neue Grafikkarte. Ja, Anfang nächsten Jahres. Danke. Wer ist jetzt frech? Ey, das war mein Ernst. Aha. So. Ähm, jetzt bauen wir das ab. Jetzt kommt das da rein. Oh, ich freu mich. Stefan, ich krieg das hin, aber ich muss nur den Überblick nicht verlieren. Ja. Es ist, für mich ist es wirklich, wirklich schier. Und ich denk, was redest du, was willst du von mir, ey? Ich hab nichts kapiert. Ehrlich, ich hab nichts kapiert. Ja, aber so ist das immer bei neuen Sachen. Und wenn ich jetzt gleich wieder versuche, ganz ehrlich, ich reiß das hier schon ab, dann mach ich einen Cut. Ja, übrigens, da sind schon wieder, äh, heute zwei Enderlilis in dem Loch unten gewachsen. Unter dem alten Altar. Ist doch gut. Ja, ich hab's nur nicht verstanden. Ähm. Können die durch die Not, die dort gewesen ist, irgendwie kommen? Ich weiß es nicht, dass das Problem eigentlich an der Geschichte ist. Also, was heißt Problem? Ich denke, dass das, also Stefan sagt, das muss durch ein Upgrade kommen, wie auch immer. Ich sag nein. Ich sage, das kommt, äh, durch die ganze Magie hier. Durch den, ähm, also das ist meine Überzeugung. Dass ich glaube, dass das, äh, von dem, ich sag mal, von deinen ganzen Kerzen kommen, die dort mal gestanden haben? Glaub ich. Deswegen hab ich jetzt nach der Not gefragt, die dort mal gewesen ist, ob die irgendwie sowas... Da unten war keine Not. Ich glaube, die war doch dort irgendwo in der Nähe. Die, die, äh, hier dunkle Not, weswegen die Monster trotzdem gespawnt sind. Ach nein, das ist was anderes. Nein, nein, dann wäre da keine Enderlilie gekommen, glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Ja, weiß man's? Ich glaube, dass das durch den Altar gekommen ist. Okay. Also, ist, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaub's. Aber da steht ja nicht mehr. Warum sind da jetzt trotzdem noch welche gekommen? Ich glaube, ich glaube immer noch, ihr solltet mal beide eure, äh, Pflanzer überprüfen, ob da wir gerne plus 8 oder plus 11 Radius eingeknallen haben. Äh. Nee, eigentlich nicht. Kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Deswegen sag ich ja überprüfen. Weil der Pflanz da auch ein gutes Stück nach oben. Nicht nur die, äh, die Schicht direkt drüber, sondern eventuell auch noch ein Stück höher. Beziehungsweise eventuell, es könnte tatsächlich deiner sein, wenn du da ein übergroßes Upgrade drin hast. Nee, ich hab, äh, ich hab nur die Grundfläche 3x3. Weil ich hab nur 9, Dinger drin. Also. So. Okay. Alles klar, jetzt. Kommt die da oben rein. Weil ja beim Apernten durchaus, äh, zusätzliche Lilies entstehen können. Und deine Farm ist, glaube ich, die mit am längsten aktive. Äh, ja. Ja, seine ist einfach nur mega krass. Und produziert so schnell, das tut meine ja nicht. Ich hab aber nichts anders gemacht, als du, Tray. Nein, das glaube ich dir auch. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, wie gesagt, ich hab fast die Vermutung, dass es Dings ist. Ja, ist ja jetzt auch erst einmal nicht so schlimm. Ja, ist doch gut. Also, wenn... Eben. Wenn... Wenn es das ist, was ich glaube, dann haben wir Samen geschenkt gekriegt. Jo. Was ich total super finden würde. Da hab ich nichts dagegen. Ich auch nicht. Ich hab die, glaube ich, auch ins M.E. geschmissen. Keine Ahnung. Ich hab's einfach nur entsorgt. Jo. Also, bei mir am Feld ist noch Platz. Ich könnte es im Prinzip rausnehmen und bei mir unten dran platzen. Ja, mach das. Ich hab auch noch zwei im Rucksack. Ich schmeiß dir die gleich ins M.E. Warte ganz kurz. Schmeiß ich dir gleich rein. So, dann hast du da gleich drei Stück. So, bitte. Dann pflanze ich die zusätzlich unten noch mit an, weil ich hab ne einzelne Upgrade-Erweiterung bei mir im Feld dort. Da ist noch ein bisschen Platz. Ganz so viele Lillies hatte ich dann doch noch. Ja, siehst du wohl. So, ich bin froh, dass ich kapiert hab, wie es funktioniert. Ich muss mir nur merken, welchen Schritt ich gehen muss dafür. Und wir kriegen viele bannende Gläser zurück. Das mag ich auch. Das mache ich jetzt aber auch nur her, weil ich weil ich mein Spielgenuss retten möchte. So. Ich hoffe, dass die Taumium-Barren langsam mal zur Potte kommen. Und es beginnt wieder ihre fünf Minuten. Was? Gar nicht. Was? Nein. Habe ich gesagt. So. 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 Ist das eigentlich noch sinnvoll, so viel Kohle mitzunehmen? Ja. 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 Ja, ich fragte nur, weil ich jetzt schon wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stacks Kohle habe. Ist doch super. Ich hätte auch Bock auf eine Höhlentour und ich hätte auch Bock, mal wieder Monster anzumachen, damit wir mal wieder ein bisschen was sammeln können. Außerdem finde ich, oh. Außerdem finde ich das gut mit Monstern. Und deswegen, ich will auch alles vorbereiten, damit wir bald endlich mit konstanten Monstern spielen können. Ja, da brauchen wir aber bessere Rüstungen. Ne, wir können auch einfach ganz normal, Stefan hat auch nichts gehabt und hat Monster angehabt und das geht. Das ist alles möglich. Alles. Ja, da müssen wir aber erst mal gucken, ob bei uns alles ordentlich ausgeleuchtet ist. Damit nicht irgendwo jetzt wieder Viecher spawnen. Ja, das ist ja kein Problem. Ich bin die mutige Thai geworden. Was denn? Gesundheit. Oh Gott. War das für mich? Was? War das wegen mir? Was? Oder weil du echt husten musstest? Ne, ich muss jetzt richtig husten. Achso, ich dachte, du wolltest mich vielleicht ein bisschen ärgern. Ne, ne, ich bin immer noch nicht so wirklich auf dem Damm. Naja gut, also Winter steht dir jetzt bevor. Apropos Winter, ich möchte irgendwas Weihnachtliches da aufbauen. Ich habe heute festgestellt, dass meine Wollsocken kaputt sind. Was? Ja, die haben ein riesengroßes Loch unten drunter. Unterlauffläche. So, ich gucke mal, ob hier drüben noch Taumir und Barren sind. Das kriege ich nicht mal Mitleid, weil meine Socken kaputt sind. Aber was soll ich denn da machen? Wir sagen, dass ich sie dir zuschicken soll, dass du mir die wieder ganz machst. Was? Kaputte Socken passen doch zu dir, alter Stinkstiefel. Was? Was geht jetzt hier wieder los? Du Arsch! Oh mein Gott, ist das Männerliebe? Von wegen Stinkstiefel. Ist das echte Männerliebe oder was ist das? Ne, wir verstehen uns halt. Ja, liebe Freunde, ich sage mal auf jeden Fall da. Uns, uns? Ja, Brumbeer? Böse, Tai, Tai, Böse. Wie ist Relais abgekackt? Tiefel, da. Wo ist meine Spitzhacke? Ich hole dich da runter und dann kriegst du auf die Fresse. Geht nicht. So. Ähm. Blödes Kackteil, ey. Ich hasse dich dafür. Oh, oh. So, Alter, ganz ehrlich, ne? Dreckig, ist doch Gravel. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.